So, bis. Willkommen zurück, YouTube. Wir haben gerade von Onkel Doktor da was geholt. Und jetzt gucken wir mal, wo Copernicus ist. Wo ist der nächste Kopie? Ah, da unten und dann da hoch. Gut. Wo ist das? Aha. Kommen wir da hier lang. Jo, da geht's. Oh, da ist Wache. Schnell an dem vorbei. Rauf. Kommen wir da runter? Nee. Ich bin kein Schuft. Der verehrte Heilige Vater hat das Vorhaben abgesegnet, die Mieten der kirchlichen Besitzschüler im Bezirk zu erheben. Äh. Aha. Puh. Ging's jetzt irgendwie nicht weiter. Meldet alle Verbrechen der Guardia. Was hat er denn? Oh, man wird von Tyrannen. Oh, drei Wachen gleich. Ja. So, ja, müsste ich jetzt irgendwo da unten. Nicht schon wieder zwei Minuten rennen. Und der ist natürlich wieder ganz woanders. Aufpassend. Aufpassen. So. Ja. Hören wir mal dieser Kreisverkehr. Ey, Junge, wo bist denn du? Wie soll ich denn dich da hinten? Es geht immer noch weiter. Ach Gott. Ist das etwa schon wieder an der selben Stelle? Nö. Der ist irgendwo hier. Die selben Stelle bei Mutter Kirche geschaffen. Er hofft, so ihre Belange in unserer hektischen Welt festerleiten zu können. Das ist dieselbe Stelle? Ja. Zeig ein bisschen. Vernachlässigt nicht eure Gesundheit. Was kann außer der Seele schon wichtiger sein? Wisst ihr, erwartet ihr etwas? Der felsche Kriegabers. Die Suche ist ein bisschen. Hm. Ist der gute Mann vielleicht irgendwo oben? Wenn hier schon sowas steht, vermute ich jetzt mal. Was soll das? Wir waren noch nicht zuletzt bei einem Akten. Fühlte den Sachten so ganz ewig. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Nein. Okay, und schaffst du's? Ja. Hm. Der Junge hat sich gut versteckt. Es ist schon krank, wir haben hier eine Weile zu tun. Ja. Ach komm. Ein nahegelegenes Gebiet finden. Ja, das war aber sich... Das dauert jetzt nicht eine Weile. Das weiß ich auch nicht so wirklich, was ich hier mache. So. So, wo müsste der Junge denn das sein? Gut, da geht's nicht weiter. Da müssen wir hier lang. Müssen wir auf jeden Fall so rum. Aber wenn wir auf jeden Fall... Ich dachte so sehr, müsste es ja eigentlich hier irgendwo sein. Ich habe hier noch eine Gute. Das ist ja auch nicht. Okay, ich habe hier noch eine Gute. Ich habe hier noch eine Gute. Ich habe hier noch eine Gute. Da. Halt, nein, das sind die roten. Hm. Wer ist das da oben? Auch ein roter. Da ist irgendwie alles weiß. Gut, das heißt in der nächsten Durchgang. Findeibel. Jetzt gehen wir mal hoch. Der ist da drinnen, wie es aussieht. Geronimo. Nein. Das war nicht. Das war ein Versteck. Hm. Okay. Der ist da irgendwo in der Gegend. 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 Der müsste da theoretisch dann irgendwo hier unten sein. Der ist da irgendwo in der Gegend. 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 Okay, ich glaube, ich bleibe jetzt mal unten. Ich klappe diese mal erstmal die ganzen Straßen ab. So, gehen wir mal gerade aus. Jetzt bin ich jetzt hier schon. Das sind... Das sind auch wieder... Ja, ich suche einen. Gut, das sind Mädels, mit denen man Spaß haben kann. Was ist das? Da ist ein Brunnen. Ah, okay, da kann man sich verstecken. Gut. Das Wort hat man mit gemeint. Vertraut dem Wissen eures eigenen vertrauten Leibarztes. So, da... Ja, da hast du allerdings recht. Hier geht's nicht weiter. Mhm. Zeig ein bisschen Respekt, Idiota! Okay, wo ist der? Seitdem ist irgendwas mit Schatz markiert. Okay. Oben sollte er irgendwie... Was ist das? Ah, das ist eine Laterne. Da ist... Ja, ist gut. Was ist das? Wenn's nur drei Minuten sind, müsste es theoretisch ja leicht zu finden sein. Wenn man weiß wie... Ups, Entschuldigung Jungs. Die neuen Sätze für Ablässse sind an den Türen aller Basiliken der Stadt angeschlagen. So. Und hinunter... Euer Herr ist der Teufel selbst. Pff. Na, denn das geistige Gesundheit ist fragwürdig. Ich will doch nur vorbei, Jungs. Ich will doch nur vorbei, Jungs. Ich will doch nur vorbei, Jungs. Oder muss ich hier sch... Da ist nix. Da ist nix. Aber gehen wir mal so lang. Okay. Die Jungs... Bei denen leuchtet nix auf. Na gut, das ist nur ne Bank. Ich glaub ich muss da lang, gell. Was leuchtet da? Dann kann nicht ausgebohrt werden. Okay. Ah, von dem da. Gut. Ich bin nicht mal in der Nähe von dem... Ach. Ich hab mich nur total verlaufen. Schön. Gut, ihr seid die Jungen beruhten. Ihr seid böse. Okay. Okay. Gibt's irgendwie ne Möglichkeit? Ihr seid auch wieder die Jungen. Ah, sagst du. Okay. Ein Versuch noch. Diesmal machen wir jetzt wieder oben rum. So. Die Leute aus dem engen Läuten. Hey, was willst du denn? so. Geradeaus. Geht immer mal wieder hier lang. Und da lang. Und bumm. Nein. Entschuldigung Jungs. Äh, braucht er nicht. Guck mal. Guck mal mal so. Nein. Du sitzt da. Kannst du nicht die Fenster hochklettern oder? Doch. Da ist da was. Nee. Da sind nur Verstecke zu sehen. Mhm. Ist das ein Doktor? Nee. Ja. Los. 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 Mich haut mal nicht. Dann hau ich zurück. So. Da sind nur da. Da ist was. Da haben wir ein Versteck. Da haben wir auch ein Versteck. Da haben wir auch ein Versteck. Was ist das? Öffa. Okay. Jede Menge Verstecke. Jede Menge Rote. Auch nichts Gültines. Hm. Verachtet, dass die Ablässe für die Sünde des Ehebruchs nur unter Dreifach wurden. Da die Kardinäle der Ansicht sind, die geringen Kosten wollen zu solcherlei Aktivitäten ermutigen. Mit den Zusatzeinnahmen wird ein Monument zu Ehren seiner Heiligkeit Papst Alexanders errichtet. Hm. Na ja gut. Bis zum nächsten Mal, YouTube.